ja meine leute da bin ich wieder so um heute will ich euch mein Haus aus blauer Wolle vorstellen sieht ganz schick aus eine Tür hier also Prozent das ist 23 Blöcke lagen 13 Blöcke breit die Linie noch schon die Fenster hier ist hier nicht vergessen einzusetzen die das sind zu viel hier schönes Fenster ja dann hier mit Schrägdach ganz einfach zu bauen man braucht nur ziemlich viel blaue Wolle sieben Eisenblöcke Prozent sieben Goldblöcke auch nur noch ein paar Fenster hellblaue dann gibt es hier noch türkisen Teppich drin zwei Stock dann gibt es hier noch eine schwarzeichen Holztür die sieht ganz schön aus dann noch hier eine Wegeplatte und die Schilder habe ich mir eben hier noch zum Tieren Notieren gemacht ja das braucht ihr alles mehr eigentlich nicht so so ich zeige euch nochmal die Seiten mit dem Fenster wie viel ihr dort braucht jeweils sechs hier nochmal so zwei lange drei lange und hier auch nochmal sieben und drei ja natürlich kann man dann auch noch eine Inneneinrichtung machen hier ist das falsch hier muss ein Fenster weg und Blöcke hin gut dann würde ich sagen kann man hier mal eine Werkbank hin tun einen Ofen eine Kiste so ein Bett ist auch noch ganz gut nicht zu vergessen einen schönen Tisch ja machen wir gleich hier mal einen Doppeltisch Jo ähm ja jetzt fängt es gerade an zu regnen Jo ähm dann war es das auch schon gleich dann äh bis zum nächsten Video Tschüss